Das Überwintern im UEFA Cup fordert seinen Tribut. Wilmots und Eickelkamp zum Beispiel mussten passen. Dazu nehmen jetzt bei der Nationalmannschaft die Chance für Markus' Anfang. Im Visier der kurze Pfosten und der lange der Kock. Nicht schlecht für den Anfang. 1 zu 0, alles klar. Die letzten sechs Heimspiele inklusive UEFA Cup wurden zu Null gewonnen. Doch in diesem Bewusstsein schlichen sich Nachlässigkeiten ein. Jens Lehmann rutscht weg. Markus Osthoff, es war das erste Heimspiel-Gegentor seit fast drei Monaten. Dann braucht man auch bei solchen Spielen das Quäntchen Glück, um eine Führung zu halten. Und das ist uns sonst immer gelungen. Und man kann es sicherlich auf die harten Wochen zurückführen. Nur Duisburg hat nämlich viele Spiele gehabt wie wir. Also das ist eine Entschuldigung, die gebraucht wird eigentlich nur, wenn man verloren hat.